Allen voran natürlich ihre heutige Gastgeberin Katharina Witt, die in ihrer erfolgreichen Karriere sechsmal Europameisterin, viermal Weltmeisterin und zweimal Olympiasiegerin war. Katharina will Ihnen heute noch viel über Liebe erzählen, sie aber vor allem mit ihrem als Kunstlaufen verzaubern. FIWA heißt ihr erster Titel an diesem Nachmittag in der Leipziger Messehalle. FIWA! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020